Ja, ging irgendwo hin, na gut. Aber alle anderen drei sind rekrutierbar und können dann im nächsten Kampf zumindest... Wieso habe ich denn jetzt zwei Strahlwickels da? Da war nur eins dabei. Äh, hören Sie hier nicht so rum, Mann. Äh, also, ähm, ich wusste, irgendwann würde der Tag kommen, an dem ich auf meinem eigenen Schlachtfeld besiegt werden würde. Laut Monttonari. War ich der? Ja, ich glaube, der warst du. Und ich war da irgendwie der andere, der dann noch dazu kam. Mit dem Tennis-Schild. Ja. Sicherlich kann ich jetzt, wo ich kein Königreich mehr habe, meine Ruhe genießen, oder? Du bist ein würdigeres Kriegsoberhaupt für Folium als ich, Phanaxi. Ich bitte dich nur um eins. Kümmere dich gut, mein geliebtes Königreich. Ja, die nehmen das alle nicht so. Nimm's. Ich gehe lieber forschen. Macht nur Arbeit. Ja. Ja, und wo kann ich jetzt... Achso, hier wird sein. Okay, clean, fehlt mir noch. Guck, sind zwei Strahlwickel. Ja. Und das ist auch nochmal der gleiche Trainer. Ja, also, äh, Kriegstreiber. Na, es ist, äh, die Randoms, die, wie gesagt, die haben alle so ähnlich, also, du hast mehrere mit demselben Aussehen. Wie viele kann man haben? Gibt es denn eine Begrenzung? Ähm, na, so viele, wie du Plätze hast in deinen Königreichen. Du kannst pro Königreich sechs Leute haben. Ah. Das heißt, bei drei Königreichen, die du gerade hast, kannst du insgesamt 18 Krieger haben. Verstehe. So, später, im späteren Verlauf wird tatsächlich irgendwann der Platz knapp. Jetzt momentan, glaube ich, ist es schwierig, die ganzen Random Krieger, also, genug Random Krieger zu finden. Ja. Also, du kannst jetzt, ja, also, aus Ignis sind die alle abgezogen, da könntest du rein theoretisch, aber... Können die nur ein, ein, äh, Richtung weit laufen? Ne, die können, die können, die können, die können so weit, wie du willst. Tatsächlich. Also, die werden zur Not auch mit einem Luftschiff angekarrt. Das ist jetzt mal zwei Tage. Und den haben wir doch getrunken. Schwäche. Locken. Ab die Zeit ab. Apropos Zeit. Ich will ja nicht zu lange dich aufhalten. Oh, ja. Oh, ganz schön. Äh, auch, du bist okay. Wir schreiten mal voran. Ja. Ich überlege, ob wir trotzdem noch Fontania einnehmen wollen. Können wir von mir aus sogar noch machen. Also, komm, dann machen wir das jetzt mal. Ich würde dich jetzt verkacken. Nein, nein, nein. Also, solange du, äh... Also, das Schöne ist, du kannst die auch aus anderen Königreichen, äh, dazuholen. Solange du nicht die vollständige Anzahl an Kriegern dabei hast. Motochika. Oh, das Otaro. Ja. Oh, schicka. Er wieder. Und hier, Motonari als irgendwie... Also, der zweite von unten. Motonari ohne seinen Helm. Stimmt. Vom Aussehen ein bisschen. Und das ist doch der von vorhin wieder. Das ist doch wieder einer von vorhin von denen. Interessant. Hier. Hier verbirgt sich hinter dem entspannten Auftreten ein leidenschaftliches Wesen, das sich vor keinem Gegner fürchtet. Ich sag so oft heute, aber wie Emi damals. Ja. Tatsächlich sucht er ständig neue Herausforderungen. So wie Emi damals. Okay. Komm. Und dann ja, der herbert viele Wasser-Pokémon. Feuer-Pokémon werden von dem ganzen Wasser abgeschreckt. Aber Pflanzen- und Elektro-Pokémon erweisen sich durchaus sehr nützlich. Ja, erst mal nur die beiden. Und dann bestätigen. Dann würde ich jetzt einen anderen. Verstärkung herbeibufen. Ja, genau. Ach so, aber du darfst nur die beiden dann mit... Also, warte, dann würde ich nochmal auf Nö. Dann nochmal zurück. Dann geh mal bitte hoch nach Ignis. Da. Mit dem... Ach so, nee, nochmal zurück, glaube ich. Dann musst du... Genau, erst mal da hoch. Dann gibst du den Marsch-Befehl. Dann den quasi unten nach Aurora. Oder in das andere. Das ist ja eigentlich egal. Gut, dass ich den erst extra da hochgesetzt habe. So kannst du allein... Hat sich vorher gelohnt. Hat sich richtig gelohnt, alles. Wieder falsch. Ja. Das doofe ist nur, die Strawickel haben, glaube ich, beide nur Käferbiss, wenn ich mich nicht irre. Aber... Also, du müsstest dann die Kills mit... Ähm... Mit dem hier. Ja. Mit dem hier. Mit dem hier machen. Mit dem hier machen. Genau. Bis schon. Außer du schaffst es irgendwie innerhalb von vier Runden, das von... ...Moto Chica zu besiegen. Das Otaro. Aber ich weiß gar nicht... Wie gesagt, es kann auch sein, dass Motonari und Moto Chica irgendwie nicht rekrutiert werden direkt. Bis schon, ne? Weil für die gibt es irgendwie so eine Art DLC-Event. Mach du den? Na, du wünschst dich mit mir im Kampf zu messen? Und auf welchen Namen hörst du? Pummeluff! Du bist also Pummeluff! Ähm, du bist also Phanaxi. Ich hörte schon, dass Aurora ein neues Kriegsoberhaupt hat. Aber ich dachte immer, unser Kräftemessen würde in Aurora stattfinden und nicht hier. Wie dem auch sei. Ein Konzert ist ein Konzert. Egal, wo man die Instrumente spielt. Ich dachte noch, der sieht schon aus wie so ein Rockstar. Ja. Wenn ich so vorgebeugt bin, habe ich irgendwie so das Bedürfnis, so zu spielen, wie so in Filmen immer Menschen Video spielen. Aber in Rennspielen wackele ich tatsächlich auch immer mit. Tatsächlich in Gran Turismo in VR hilft das sogar sehr. Gegen Motion Signals. Das kann ich mir vorstellen. Der Geist des Wassers ergießt sich vor uns. Das hat er so gesagt, das habe ich nur übersetzt. Wie Evi damals. Sollen wir etwas davon kosten. So wie Evi damals. So wie Evi damals. Tja, ja. Ein Agust. Den man kosten sollte. Die Schleuse ist nun geöffnet. Ja, das ist auch wieder sowas. Erst hieß das, Schleuse ist geöffnet. Ich stehe. Aber was geht denn hier vor? Das ist alles voller Wasser. Wasser geht denn hier vor? Wasser geht denn hier vor? Das geht bestimmt. Was er geht denn hier? Wie ist dein Plan, Phanaxi? Deine Niederlage ist nur eine Frage der Zeit, wenn du nichts tust. Erreicht die Zahl der verbleibenden Züge 0, dann ist Ende. Ja. Aber ich muss alle besiegen einfach. Genau. Und die Niederlage ist erreicht, wenn du, wenn von dir alle besiegt wurden. Das schaffe ich nicht in vier Zügen. Ich stehe viel zu weit weg. Ja. Ah, und die auch. Und du musst die Schleusen dann ja auch noch öffnen. Das ist jetzt die Frage, ob du vielleicht mit der Kriegerfähigkeit direkt auf das Schleusending draufgehen möchtest. Wegen dem einen Feld. Ich habe ja nichts von da oben. Da oben ist ja immer keiner da. Und von deinen da unten, die müssen auch erstmal da hinkommen, in die Mitte. Genau. Ich würde jetzt alle einfach möglichst nah da ran setzen. Und dann nachher irgendein unnützes Pokémon halt auf dieses Schleusending setzen. Ja, das ist eine gute Idee. Ausgerechnet das, was ich am meisten brauche, sitzt am weitesten weg. Ja. Blödes Viech, blödes Viech. Aber das hat dann wenigstens Rankenhieb und kann drei gleichzeitig treffen, wenn sie richtig stehen. Kannst du es spüren? Da fließt etwas aus Richtung Norden auf uns zu. Etwas Großes. Etwas Hartes. Eine Welle. Eine vernichtende schwarze Welle. Doch sie wird mich nicht überschwemmen. Ich werde weiter kämpfen. Weiter oben schwimmen. Ja toll, der... Der kämpft jetzt wirklich da oben. Ja. Wieso sind die nicht hergelaufen, Idiot? So, gut. Hier, drehe ich mal drauf. Schleuse ist nun geschlossen. Und hier überlege ich mich, ob ich einfach das Strafikel da drauf setze. Ach, du brauchst ja eigentlich gar nicht mehr so lange die obere. Stimmt ja. Dann kannst du mit denen eigentlich schon rüber. Mit denen, wo... Das habe ich ja gar nicht bedacht. Ja. Nicht auf den Tisch. Gut. Mit dem Evoli kannst du sogar geradezu dorthin schonen. Das überlege ich euch jetzt mit dem... Dann habe ich auch nichts gehört. Dann kann wenigstens... Achso, naja, da drüben auf den Button von der Schleuse kann auch jemand drauf. Aber da kannst du mit dem Strafikel zur Not in der nächsten Runde das wieder ausgleichen. Genau, dann kann das andere wieder rüber stattdessen. Genau. Ich würde mal warten. Ja. Vor allem, du musst ja noch irgendwie dann mit dem... Okay, das ist... Läuft sowieso noch bis zur Schleuse. Ja. Und das... Dann kannst du natürlich das Vegimac auch direkt auf dem... Also geradeaus laufen lassen. Stimmt, weil das Pumelo fällt zu schnell nicht her. Ja. Es würde mich interessieren, was passiert, wenn ich jetzt hier runterkomme. Wenn da jetzt Wasser reinkommt, das weiß ich auch nicht. Ich hatte da mal ein Pokémon stehen, aber das konnte... Also fliegen. Das war Flug-Pokémon oder hatte Schwebe. Du willst dich wehren? Das mag ich. Was ist mit dem? Ich weiß es nicht. Nee, ich wurde als Krieger geboren, mit dem Talent mit Pokémon zu kommunizieren. Nicht so sehr mit Menschen. Kommt auch in die Meme-Version. Es wird Zeit, um mich als würdiger Reiser auf dem Flachfeld zu stellen. Ja, und das könnte spaßig werden. Ach ja. Wartermack ist... Nee, wie hieß denn das? Wartermack? Nee. Aquamack? Äh... Sodamack. Sodamack, stimmt. Wartermack. Wie weit kommt man denn mit dem Veggie? Ich würde hier hin, dann kann ich nämlich zum einen Schleuse betreten und das Felino angreifen. Aber dann würde das Wasser ja wieder zu fließen beginnen, gleich. Ist die eine Schleuse gerade zu? Ja, das Pummelhof steht drauf. Ja. Oh, dann. Aber dann kommst du mit dem anderen Strafwickel zumindest erstmal nicht mehr rüber. Ah ja. Ach so. Ja. Ach, das wusste ich nicht. Ich dachte, ja, Hauptsache einer sitzt auf irgendeinem Button und dann kann ich rüberlaufen. Nee. Ach, das ist ja bescheuert. Mist. Gut, dann erstmal gucken, was du machst. Ja, dann... Ja. Mit dem geradeaus, ja. Warten. Mit Pummelhof dahinter. Nee, kann ich nicht. Weil wenn ich jetzt hier weggehe, dann geht ja die Schleuse auf. Nee, 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 die geht nicht auf, deswegen. Das ist ein Button mit... Weil du drückst, dann ändert sich der... Ach, se. Genau, das ist ja das, der Trick an der Sache. Das habe ich nicht verstanden. So, und da will ich uns blindfalls angreifen. Okay. Oh, 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 oh. Zumindest schon mal Schwächen. Genau. Und dann das WG-Mack. Richtig. Und draufkloppen. Buff. Ja, und das muss jetzt stecken. Und zack, schon ist die Schleuse wieder zu. Jetzt habe ich das verstanden. Dann hast du wenigstens die Kontrolle über alle Schleusen-Buttons da. Oh. Bitte lass dann auch noch das... Lass das bitte noch daneben gehen. Nein, nicht dahin. Obwohl, du kannst zwei auf einen Streich zumindest treffen. Kann ich? Mit dem WG-Mack und Rankenhieb kannst du jetzt nicht mehr, shit. Ja, das macht nicht so viel Schaden. Das ist okay. Müssen wir nur gucken. Jetzt kannst du mit dem WG-Mack, wenn du... Ah. Nee, du müsstest drumherum laufen, ne? Oder kannst du... Ob ich das Plintha jetzt platt kriege, wenn ich mit dem Pummeluff hier hoch... Warte mal, wie weit kommst du mit dem WG-Mack gerade? Du kannst... Nee. Also meine Idee wäre mit dem Pummeluff hier hin, das Plintha von der Seite, mit dem Evoli von der Seite draufkloppen. Aber das darf nur durch das WG-Mack zurückgehen. Vielleicht mit dem... Also irgendwas schwächen mit dem Evoli, aber was... Also das... Wir können ja mal gucken erstmal, was WG-Mack überhaupt für einen Schaden machen würde. Wir müssen es ja nicht durchziehen. Zwölf! Oh. Okay, was macht denn Evoli? Ja, 15. Ja, dann würde ich mal versuchen, dass... Dann gehst du mit dem WG-Mack... Ja. Na, oder willst du es versuchen mit... Also mit dem wegzugehen und mit dem Pummeluff draufzuhauen? In der Hoffnung, dass es mehr macht. Da erstmal gucken. Genau. Ja, dann weiß man es halt nicht genau. Das ist halt das. Aber da hast du zumindest eine gewisse Chance, wenn du drei Schläge triffst. Oder vier. Verdammt. Versuchen. Ja. Gut. Oh. Sehr schön. Sehr gut. Nein! Doch! Oh! Nicht euer Ernst. Macht aber nichts. Jetzt musst du nur mit dem Evoli am besten aus dem Weg gehen, damit sich das WG-Mack... Ich erinnere und füttes Otau-Roll-Belag. Ja, das ist eine gute Idee. Hier. Oh, nee. Das geht ja nicht. Ich erinnere und füttes Otau-Roll-Belag. Sehr schön. Ja, und mit dem Stravickel kannst du ja dann Felino... Da kann ich ja hier rüber, weil das hier ist mir ja egal. Außerdem, vielleicht geht dann das Felino... Also, du kannst ja mit dem Stravickel unten dann Felino nochmal angreifen. Stimmt. Und kannst dann mal gucken, wenn es auf den Button steigt. Dann erfahren wir, was passiert. Dann erfahren wir, was passiert. Genau. Ich hätte als Stravickel gehoffet. So, jetzt kannst du mit dem... Hier rüber? Genau. Und das beenden. Für das... So viel. Jetzt auf einmal macht es 17 Schaden. Vielleicht werde ich da unten stehen. Das kann sein, dass es dadurch dann... Oh, ein Volltreffer noch! Wenn man sowas wüsste. Das hat man gar nicht gebraucht, ja. Ein herber Schlag. Doch, es ist noch nicht vorbei. Das Felino als nächstes wäre wahrscheinlich auch eine gute Idee, weil das kriegt Doppelschaden. Also, vierfach. Ah, das ist ja auch so. Marschiert im Takt! Kann ich das anders sagen? Marschieren klingt so komisch. Ähm. Oh. Ähm. Oh. Etwas mehr Taktgefühl, bitte. Ja, die sitzen jetzt. Schade. Ähm. So, sprich, Vigi mag auch Felino draufkloppen. Ja, genau. Ich überlege, ob ich aber hier runtergehe. Der kann vielleicht das Strabickel nachher zum Otaro rüber. Ja. Mal gucken, wie viel Schaden es machen würde. Ja, auch. Gut, könnte sich ausgehen. Könnte gerade sowas werden. Und bei 100% Genauigkeit trifft es vielleicht sogar. Machen wir mal, oder? Probieren wir. Ja. Oh, sei da. Oh, ich habe nur wie ... Oh, ich habe nur wieder anります. Ich habe noch keine Rücken sehen in mir aus. Achso, ich habe ja zwei Strabickel. Ja. Du hast ja zwei Strawickel am Wickel. Warte mal. Anders. Ja, das ist aber alles irgendwie Quatsch. Genau. Wobei, das geht auch nicht. Ja, aber das ist eine gute Idee, dass du mit dem Evoli da rüber gehst. Dann kannst du vielleicht in der nächsten Runde deine Kriegerfähigkeit einsetzen und kommst an das... Ich kann es doch jetzt einsetzen. Na ne, er ist so, meinst du das. Stimmt, weil das Otaro kann ich ja irgendwie besiegen. Ja, genau. Das kannst du machen, wie du möchtest. Ich glaube jetzt trotzdem schon mal drauf. Ja. Bei 16 übrigen Zügen, glaube ich, sind wir mit den ersten vier schon durch. Ja, genau. Stimmt. Wie war das jetzt wieder? Das können beide jeweils... Dann gehe ich mit dem hierher und mit dem anderen Strämpchen wieder da drüben. Oder je nachdem, das Pummeluf macht wahrscheinlich mehr Schaden. Ja, das ist nicht so viel da drüben. Das ist bei dem Strämpchen, das ist doch anders. Na gut, aber eins kann ich ja. Weil das andere ist das Strämpchen sowieso nicht gut. Genau. Huch. Oh. Das hat die Azuria-Gnade benutzt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Und wenn es auf Wasser steht, dann wird irgendwas erhöht. Frag mich nicht was. Oh, nicht, dass der am Ende auch wieder sowas hier... Also, dass er sich irgendwo hinter verzieht. Und dann am besten noch einen Trank benutzt und was nicht alles. Aber das werden wir gleich sehen. Oh. Richtig gut diesmal. Glück gehabt. Ja, das werde ich übertritten aus dem... Ich sage mal, die Kiste. Ja. 90 sogar. Ja, das ist gut. Von da aus kann man es wenigstens angreifen. Müsste man nur schauen, wie man... An die Seite irgendwie strecken wir uns aus dem Weg vorher. Genau, genau. Schon vorsichtlos. Ah, nimmt keinen Trank. Ja, sehr gut. Boah, die Aqua-Knarre ist durch den... Ja, dann kannst du ja mit Evoli gleich weiter... Achso, aber wenn du mit Evoli weitermachst... Da erst mal... Ja doch, das kannst du schon mal tun. Ach nee, du musstest am Ende. Stimmt. Ich nehme das Stravickel raus und gucke mal, was dann wahrscheinlich am meisten Schaden macht. Ob es das Evoli ist oder das Pummel-Luf. Also Pummel-Luf wäre viermal... Also, daher höchstens 20. Was ist denn bei dem? 13, 24. Wie viel hat es WG-Mac gemacht? Hast du es gesehen? Oder habe ich es überhaupt noch erzählt? Nee, noch nicht. 17 ist auch nicht so viel. Also, du wirst es in dieser Runde sowieso nicht klein kriegen, genau. Dementsprechend erstmal... Bin ich mit dem Evoli rüber, weil dann kann das Pummel-Luf sich weiter mit dem... Achso, na du kannst auch mit dem Evoli das Otaro besiegen und kriegst dann Sieges-Eifer. Aber bringt es mir was, weil das VG-Mac kann ich ja sowieso nur mit einem Pokémon heranbrechen. Achso, ja. Achso, dann möchtest du also mit Evoli... Äh, mit Pummel-Luf das VG-Mac... Äh, nee, das Sodamac angreifen. Nee, mit Evoli hatte ich eigentlich vor. Achso. Ja gut, nee, das macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Weil sonst hat das Pummel-Luf keinen Sinn. Ja. Wobei, beim Pummel-Luf habe ich halt eine höhere Chance, dass mehr abgezogen wird. Vielleicht doch eher das Pummel-Luf aufs Wurde. Und wenn es scheiße war, war es halt scheiße. Achso. Schauen wir mal. Wahrscheinlich haut es sowieso daneben. Ja! Als hätte ich es gewusst. Ja, das muss man... Das ist auch ein Skill. Das vorherzusehen. Ja. Vorsehung ist es. Oder Seher. Ja, Seher. Ich weiß gar nicht, ob es die Attacke auch hier gibt. Also, wir machen Otaro jetzt platt mit Evoli, richtig? Ja. Gut, weg. So geht es also zu Ende. Und Sieg ist einfach. Tja. Da würde ich jetzt eine Deckung sammeln. Am besten nach hinten gehen, für den Fall, dass du es da hinten schwächen musst, weil es irgendwie... Also, weil es es flüchtet. Ja. Oder es stellt sich dann an einen Ort, wo du es wieder gut treffen kannst. Dann würde ich lieber nach... Also, würde ich sicherheitshalber lieber nach links gehen, da wo die Kiste ist. Für den Fall, dass es dann auf Evoli gehen möchte. Dann hast du Vegimac schon in der Nähe. Aber wir hauen jetzt mal drauf mit dem Vegimac und dann schon mal weiter. Genau. Mist. Ne, ist sehr effektiv. Ach, es macht einfach dasselbe nochmal. Denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song. Ha, es schläft. Gut. Okay, weiter mit Pummel-Luftversuchen. Ich meine, zur Not, dadurch, dass es jetzt schläft, wird es sowieso für ein paar Runden... Und besiegen wird es, glaube ich, mit Volltreffer trotzdem nicht. Ne, glaube ich auch nicht. Das ist da so krass. Ja, gut. Ja, gut. Ich habe es zweimal gehabt. Richtig. Ich habe mich übel enttäuscht. Oh, 18, oh, aber ich würde trotzdem auf Nummer sicher gehen dann in der nächsten Runde. Aber auch eher mit dem Stravickel, bevor dann das Evoli irgendeinen Volltreffer kriegt. Genau. Also bei Stravickel sind es ja, glaube ich, auch irgendwie bloß 5, die dabei rumkommen können. Mit einem Volltreffer vielleicht 10. Ja. Oh, es schläft noch immer. Sag mal, was sind die eigentlich für Kriegerfähigkeiten? Erhöht Verteidigung des Pokémon des Kriegers und angrenzender Verbündeter für 3 Züge. Okay, ist eigentlich nicht schlecht. Wir sind so nah am Sieg. 97 Prozent. Ja, das wird schon. So ein Mist. Ja, zur Not noch eine Runde. Wir haben noch 13. Stimmt. Nobuchika. Die Festung von Fontania ist unser. Yay. Gewonnen. Das müssen wir nochmal machen. UnEarth. Wenn man das Spiel nicht gespielt hat, weiß man nicht, was es damit auf sich hat, aber das ist so schön. Was heißt, Attacke Stärke hoch, dass die Attacken nicht stärker sind? Ja, ich glaube. Ich dachte die ganze Zeit, das macht es sowieso. Ja, aber anscheinend macht das... Ich stecke da auch nicht so ganz drin. Die Anleitung, die Anleitung, die hier dazu ist, die ist leider bloß auf Englisch und ich kann ja kein Englisch, deswegen habe ich es auf Deutsch übersetzt. Die Anleitung? Nee, das Spiel nur so. Ja, hier. Hier ist die Anleitung und... Da steht da eigentlich alles so ein bisschen mit drin, hoffe ich. Du hast ehrenhaft gewonnen. Das Königreich von Tania ist dein. Doch auch wenn meine Festung gefallen ist, werden mich meine Pokémon niemals verlassen. Wo wollt ihr hin? Gemeinsam werden wir auch weiterhin den Fluten des Schicksals widerstehen. Sehr gut. Wederkrieger zum Rekrutieren. Alle. Jo. Ja. Habt meinen Dank, ich werde euch treu dienen. Ich würde die Wasserhainis hier hoch stecken in Zufall. Ja, das ist gut, weil da kannst du... Dann habe ich quasi die Typen aneinander... Er hat gerade gesagt, macht Gebrauch so viel... Gebrauch von mir so viel, ihr wollt. Hm. So, und damit sind wir jetzt auch da wieder durch. Oh, Lord Phanaxi, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt von der Legende gehört, oder Lord Phanaxi? Vom legendären Pokémon, das angeblich vor demjenigen erscheint, der alle Königreiche zu erobern vermag. Die Wahrheit ist, dass zu diesem Zeitpunkt... ...Ransai am Rande der Zerstörung steht. Ja. Weit nötig von Aurora. Also, hat ein namhafter Gringsherr einen Weg der Eroberung eingeschlagen. Sein Name ist Nobunaga. Sein erklärtes Ziel ist die Eroberung aller Königreiche und die Zerstörung von... Oh, nee. Und sein Signature-Pokémon ist ein Nobunaga-Lotz. Wenn Nobunaga Ransai wirklich zu zerstören versucht, will er bestimmt die Macht des legendären Pokémon dazu benutzen. Darum denke ich, wir sollten das legendäre Pokémon vor Nobunaga finden. Nur so können wir Ransai vor dem Untergang bewahren. Zum Glück reicht Nobunaga's Macht noch nicht so weit in den Süden hinein. Nominis, Vionomo und Chrysalia sind die drei von uns aus nächstgelegenen Königreiche. Jeder ihrer Kriegsherren ist weit und breit bekannt für seinen Mut und seine Stärke. Wenn wir sie dazu bewegen, sich uns anzuschließen, würde das unsere Armee erheblich aufwerten. Und damit sind wir tatsächlich so content-technisch ungefähr so weit wie die Demo gehen. Ah, cool. Sozusagen jetzt die Demo-Präsentation gewesen. Das war jetzt quasi, ja. Aber rein theoretisch würde es ja sogar noch weitergehen. Und jetzt, warte mal, da oben ist... Ach, da sind die anderen Königreiche. Und es ist, also rein theoretisch, technisch ist es am besten zuerst, Violumo anzugehen. Kannst du es bitte mal schnell noch für einen Witz, den ich eingebaut habe, wenigstens so anklicken, bevor wir die Aufnahme beenden? Violumo? Ja. Geh mal einfach auf Kampf, ja. Du musst nicht mal viele Pokémon mit reinnehmen. Wir hören dann einfach... Aber warte mal, gespeichert wurde, ne? Gut. Ja, genau. Ah, Gewitterstirmen. Danke, dass du mich drauf hingewiesen hast. Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass noch so viele... Schreibt, also Tippfehler da mit drin sind. Verdammt. Also ich mach mich richtig zum... Ach hier. Lies mal. Für Wasser... Für Wasser und Flug-Pokémon ist das ein hartes Pflaster. Und jetzt... Toten-Pokémon, die gegen Pflastern hat in diesem König. Verzeihung, es wird so rausgerutscht. Das gefällt mir. Das wollte ich noch schnell... Sehr, sehr schön. Das wollte ich noch loswerden. Der Gag des Tages. Ja. Gefällt mir gut. Vor allem, nachdem ich das ein... Also nachdem ich wirklich so... Erstmal mit dem harten Pflaster, ja... Und dann... Auf einmal kam mir so in den Sinn, warum versuche ich es nicht damit? Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto passender war das. Es sind doch Boden-Pokémon. Und man kann ja Böden auch pflastern. Und zwar hart. Ja. Das ist cool. Das sind auch Wasser- und Flug-Pokémon drin. Mhm. Gut. Ja. Und gegen die Elektro-Pokémon haben wir nicht mal was. Wir haben gar keine Boden-Attacken-Pokémon irgendwie. Und das hier ist alles Kamm. Und hier oben Käfer. Käfer, ja. Und das nischt. Oh! Joey! Also zum Ende hin nochmal ein gelungener... Ja. Hast du gut gemacht! Das hast du sehr gut gemacht! Ein ganz feiner bist du! Wunderbar. Ne, dann würde ich auch mal sagen, für heute ist die Aufnahme zu Ende. Joey sagt auch Tschüss. Joey sagt auch Tschüss. Aber so an sich, bis auf die paar Schreibfehler, die wir gefunden haben, war es doch, glaube ich... War sehr begeistert und sehr zufrieden. Juhu! Großes Lob! Danke, danke, danke. Das hast du sehr gut gemacht. Wird auch noch weiter gehen. Und Spiel macht überraschenderweise tatsächlich Spaß. Also überraschenderweise kann man nicht viel falsch machen bei so einem Spielprinzip, aber ich finde es ganz cool und es passt besser zusammen, als ich dachte. Ja, eben. Und wenn man erst mal dann die Story um die ganzen Krieger tatsächlich so ernst nimmt. Also ich finde, die ist auch gut gemacht. Also man hat da schon Sachen, die nicht nur ein junges Publikum ansprechen. Ich erzähle dir dann noch mehr davon, weil sonst würde ich hier Sachen spoilern. Obwohl, nee, das mit dem Boy-Toy habe ich dir jetzt schon erzählt. Das hast du schon erzählt. Genau. Was die im Spiel nicht so rausgearbeitet haben. Es gibt aber eine Episode, wo diese Person für ein Mädchen gehalten wird. Ich kann dir noch was über die Person erzählen und einen Witz, den ich dann einbauen werde. Aber das machen wir alles außerhalb der Aufnahme. Und du musst dir noch einen Krieger aussuchen, der aussieht wie Edge war. Musste ich mir alle mal angucken erst. Also, ja, jedenfalls, bis zum nächsten Mal. Ade. Ade.